Hallo, hier ist heute wieder euer Wicked13 mit dem dritten Teil, dem Elfmeterschießen. Und dem vierten Harry Potter Teil, der Feuerkelch. Sollen wir den machen? Den machen wir jetzt zum Elfmeterschießen, oder? Nee. Wir reden nochmal über alle drei Teile, oder auch wird der VfB ins Viertelfinale gegen Paderborn kommen? So, und jetzt schießt sie das den ersten Elfmeter. Gegen Paderborn spielen sie im Achtelfinale, oder? Ja. Ja, ich mach mal hier Ziel aus. Ja, das wäre eine gute Idee, aber ich werde den eh halten. Der geht links unten rein, ich kenn dich doch. Du weißt halt, wie du Hechten kannst, gell? Du musst so in die Richtung und dann Hechtisch in die Richtung. Ups, hast du jetzt geschossen, oder? Nee, jetzt schieße ich mit Kuse. Oh, der verhaut ihn. Ein, äh, 0-0. Nach zwei Schüssen. González! Was ist dein Lieblingsband von Band 1 bis 3? Drei. Drei. Und zwei. Okay. Ey, ich hab ein Tor gemacht, siehst du's? Ja, ich hab's leider. Oh, Endo, du! Hat verschielt. Äh, dritter Schuss von dir. Ja, jetzt wär's für mich gut, wenn ich treffe. Das wär wirklich gut, das wär auch notwendig. Aber ich hab nur noch zwei Versuche. Aber schau, wie mein Torwart hier links und rechts rennt. Was? Boah, Mann, jetzt muss ich halten, sonst hab ich verloren. Oh, nein, ich hab zu stark geschossen, glaub ich. Zum Glück! Und jetzt muss ich treffen, jetzt liegt die Nass. Sonst hat der... Auf Konstantinos, Mavor, Mavor, Panos. Ja. Wenn er mal nicht reingeht, dann haben sie das Spiel verloren. Oh, nein! Latte, das war's! Nein, Latte! Oh, wow, 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 wow. Das war nix. Ja, Satz mit X war wohl nix. Das war gar nix. Und jetzt? An die Latte. Nochmal ne kurze Zusammenfassung. Ja. Band 3 Favorit, dann Band 1, dann Band 2, oder... Ja, ja. Kann man das so sagen? Also, nee, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1, okay. 3 ist mein Lieblings, 2, 2 Lieblings und der... Okay, und dann gucken wir mal, ob wir demnächst auch was zu Band 4, 5 und 6 machen. Ich glaub, 7 braucht dann echt ein eigenes... Abreichend. ...einiges Review. Ach Gott, hat sich schon wieder... Okay, Google hat sich wieder mal eingeschalten. Abbrechen! Und ansonsten... Abbrechen! Ich will kein Blitz. Also dann... Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Gaming-Video mit ein bisschen Podcast-Gaming nennen wir das. Irgendwie nennen wir das? Können wir machen, ja. Ja. Hat euch gefallen? Und dann... Hoffen es auch, ja. Auf Wiedersehen, euer Brigitte 13 aus dem schönen Allgäu und... Brig Papa! Tschau zusammen! Tschüss!